Versenden Sie mehrere Geschenke gleichzeitig? Wenn Sie Zeit beim Bestellen sparen möchten, ist unser Planer für mehrere Bestellungen genau das Richtige für Sie. Dieses Video ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verwendung des Planers. Auf unserer Hauptseite erstellen Sie zuerst Ihr persönliches Konto. In Ihrem Profil typen Sie auf das Symbol für den Planer für mehrere Bestellungen und Sie werden direkt zu Ihren Bestellungen weitergeleitet. Klicken Sie dann auf Neue Bestellung aufgeben. Geben Sie dann die Anzahl Ihrer Empfänger ein. Wählen Sie für jeden Empfänger ein Land aus, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Geschenkoptionen erhalten. Sie können Ihre Geschenke bis zu einem Jahr im Voraus bestellen und zudem von Ihnen gewählten Datum liefern lassen. Das ist einfach und praktisch. Somit wird den feindlichen Anlass nie vergessen. Bei der Auswahl von Geschenken haben Sie mehrere Möglichkeiten. Ihre Empfänger in den gleichen Ländern können die gleichen Geschenke erhalten. Oder Sie wählen für jeden Beschenkten ein einzigartiges Geschenk aus. Sie haben die Möglichkeit, den Gesamtbetrag Ihrer Bestellung zu überprüfen, bevor Sie weiterklicken. Das ist der wichtigste Schritt. Ihre persönliche Nachricht ist der Schlüssel zu einer tollen Überraschung. Mit unserem Planer können Sie zu jedem Geschenk eine Grußkarte mit Ihrer Nachricht senden. Sie können dieselbe Nachricht für alle verwenden oder Nachrichten individuell gestalten. Unsere Firmenkunden können auch das Logo oder sogar das Grußkartendesign schnell und einfach hochladen. Das Ausfüllen von allen Adressen ist mühsam. Aber mit unserem persönlichen Adressbuch müssen Sie es nur einmal tun. Die Informationen Ihres Empfängers werden gespeichert, um in Zukunft leichte Geschenke machen zu können. Ihr persönliches Adressbuch ist sicher und einfach zu bedienen. Hier können Sie Ihre Bestellungen überprüfen und speichern. Großfirmenbestellungen erfordern besondere Aufmerksamkeit. Daher werden wir Ihre Bestellungen überprüfen und Sie kurz nach dem Speichern kontaktieren, um Zahlungsinformationen zu erhalten. Sobald Sie bezahlt haben, ist alles bereit. Wir kümmern uns um den Rest und benachrichtigen Sie über wichtige Versandaktualisierungen, insbesondere nach der Zustellung des Geschenks. Den Lieferstatus Ihres Geschenks können Sie auch über den Planner verfolgen. In Ihrem persönlichen Bereich haben Sie immer die neuesten Aktualisierungen für jede Bestellung, sodass Sie alles einfach an einem Ort verfolgen können. Planen Sie Ihre Geschenke im Voraus, damit Sie kein wichtiges Datum mehr verpassen. Planen Sie Ihre Geschenk und Voraus. Untertitelung des ZDF, 2020